hallo ihr da draußen herzlich willkommen zurück zum landwirtschaftsimulator 22 ich bin der schottich von der test area und ja es geht wieder um einen mod und zwar um einen mod update wir sahen uns gezwungen das europa pack vom artur noch mal abzudaten damit es wieder einwandfrei auf der nordfriesischen marsch funktioniert und zwar hatten wir da folgendes problem zum also wir nicht das ist nicht so richtig die little magica hat ein problem entdeckt mit in erster linie den schneidwerken für zwiebeln und karo in diesen schneidwerken waren die krautschlag funktion aus sinnvollen gründen deaktiviert weil bisher auf der nordfriesischen marsch diese funktion nicht von nöten war ab der map version 1.8 der nordfriesischen marsch ist es aber sehr wohl nötig bei karotten und zwiebeln das kraut zu schlagen und little magica hat dann entsprechend das europa pack überarbeitete die funktion wieder aktiviert so dass ich euch jetzt dank ihrer helfe ein update zur verfügung stellen kann wenn ihr das denn haben möchtet damit es auch auf der version 1.8 wieder richtig zur sache gehen kann mit dem ernten von zwiebeln und karotten bei einer arbeitsbreite von zwölf meter aber achtung ab der map version 1.8 der nordfriesischen marsch der mod ist getestet auf der version ohne gräben und ich zeige es euch jetzt noch mal kurz im detail für diejenigen die das europa pack noch nicht kennen und zwar haben wir unter der rübentechnik hier schon mal den europa tiger 65 für 495.000 aus dem europa pack von arthur so 1120 ps hat dieses schmuckstück das ist 240 liter diesel passenden tanken wird auf der straße bis zu 80 km h schnell und wir dürfen von 100 bis 250.000 liter bunker volumen wählen bei 33,5 tonn eigengewicht wir werden jetzt nur die grundfrüchte angezeigt die es auf dieser test map hier gibt das ist eine standard map aber auch der nordfriesischen marsch sind ja noch mehr früchte verbaut ich zeige es euch gleich anhand der schneidwerke was in dieser roda eigentlich alles verarbeiten kann und ja es ist ein mod von arthur aber little magica hatte die erlaubnis bekommen von mir das anzupassen das abzudaten ging auch ganz unkompliziert schnell und bürokratisch dramafrei großen dank da ein little magica so jetzt zu dem mod hier wieder reifenhersteller können wir verschiedene auswählen und reifenvarianten nicht die gibt es egal bei welchen reifenhersteller nicht zu verändern wir können die kapazität auswählen wir sind hier bei xl da sind wir bei 100.000 liter bunker volumen dann sind wir bei xxl bei 250.000 liter bunker volumen wir dürfen zwischen hauptfarben ein paar aussuchen wir dürfen designfarben ein paar aussuchen und felgenfarben dürfen wir auch ein paar aussuchen damit man das mal sieht kennzeichen ist natürlich personalisierbar und ich packe den jetzt mal raus schau mal dann gehen wir jetzt auf die schneidwerke ein da ist ja das wichtigste unter den geräten das geht dann los bei der kartoffel technik da sind die meisten schneidwerke erstmal drin hier haben wir die schneidwerke für kartoffeln hier haben wir das schneidwerk für karotten für zwiebeln für kohl für lavendel das ist alles hier drin bei kartoffel technik bei rübentechnik haben wir das schneidwerk für zucker rüben bei zuckerrohr technik haben wir das schneidwerk für zuckerrohr und bei baumwoll technik haben wir das schneidwerk für baumwolle stellvertretend für alle anderen schneidwerke gehe ich mal in dieses schneidwerk hier rein wir dürfen uns hier eine hauptfarbe auswählen damit man das sieht den kontrast und hier sind so weiße boxen wenn man hier sieht auf den weißen boxen sind die symbole drauf mit einem schriftzug der definiert für was das schneidwerk ist sprich wenn man mehrere schneidwerke davon auf dem hoch oben liegen hat kann man die nicht verwechseln wenn man da drauf guckt nicht wahr so wir gehen raus und gucken uns das draußen an ich habe jetzt hier das baumwoll schneidwerk liegen und weg schmeißt jetzt mal den tiger an ja wir können ja von der nähe mal gucken es ist natürlich wie zuvor auch ich glaube das ist jetzt mittlerweile schon das dritte update vom europa pack ich selber arbeite mit dem europa weg ja auch gerne auf der marsch weil die texturen alles andere ist ls 22 standard so er kommen wir mal das schneidwerk dann müssen wir schön in die mitte ran so mit x können wir das schneidwerk einfahren dass wir damit über die straße fahren wunderbar so ja wir haben knicklenkung wir können mit steuerung z die knicklenkung also wendefahrt deaktivieren und auf allradlenkung umschalten wir können auf hundegang nach links umschalten wir können auf hundegang nach rechts umschalten und wieder zurück auf wendefahrt dann ist die knicklenkung aktiv das zum schneidwerk vorne ich fahre das mal aus wir gehen mal hier ein bisschen auf tuchkühlung die äußeren schneidwerke haben keine kollision nur das haupt schneidwerk in der mitte das innere hat kollision das schafft natürlich dann auf dem feld auch möglichkeiten wenn der abfahrer zum beispiel ran muss nicht wahr dass er nicht über das schneidwerk fährt die aufklapp geschwindigkeit wurde hier erhöht wie man sieht über ladeband also wenn der abfahrer hier ankommt sich drunter stellt würde er wahrscheinlich aufs schneidwerk fahren die kollision ist aber raus ich benutze das für meine zuckerrüben auf der nordfriesischen marsch ohne probleme klappeinwandfrei ja soviel zum update krautschlagfunktion aktiviert für die map version nordfriesische marsch 1.8 ihr lieben vielen lieben dank wieder fürs zuschauen fürs mitmachen fürs dabei sein littlemagica und ich freuen uns auf eure kommentare wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da das unterstützt meinen kanal motiviert mich und kommt somit mit uns allen zugute ich war bin und bleib der schotty von der test area und bin damit für heute raus passt gut auf euch auf bleibt mir gewogen und was in der heutigen zeit natürlich das wichtigste ist bleibt gesund bis zum nächsten mal ihr lieben ciao ciao